Guten Tag, liebe Zuschauer. Wir befinden uns hier auf dem Raketenstartplatz der NASA. Jeden Moment starten die Astronauten Tom Wagner, Elisa Stepadi und Stefan Reusner auf dem Weg zum Maus. Ach, der Blick von hier oben auf die Erde ist ja schön. Nach zwei Jahren endlich auf dem Mars gelandet. Lass uns unsere Forschungsleser holen und Proben entnehmen. Hilfe, was ist das denn? Sind das Aliens? Ja, wieso? Willkommen auf dem Mars. Seid ihr wirklich Aliens? Ja, wir sind Aliens. Dann wollen wir euch aber nicht weiter stören. Ähm, darf die Flagge denn hier bleiben? Ja, aber selbstverständlich. Kommt mich doch mal wieder besuchen. Ja, wir sind da. Ja, wir sind da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020